Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein. Dort, wo der Fortschritt immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer mehr wird. Aber zugunsten der Falkensteiner Bevölkerung natürlich. Ist doch logisch, oder? Mal gucken, ob jemand hier im Knast ist. War jemand böse? Oh, guck mal hier. Die Weiten des Meeres. Was ist hier los? Hallo, jemand hier? Huhu. Huhu. Keiner hier drin. Naja, oben auch nicht, das habe ich jetzt schon gesehen. Ja, ach Mensch, wisst ihr, was ich erzählen kann? Ach, ihr glaubt es ja gar nicht. Ich hatte ja Geburtstag am 28. April. Oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder ziemlich lange her. Und ich wollte nach unten. Gott, oh Gott, wo sind meine Gedanken? Am 28. April hatte ich Geburtstag und das heißt, dass ich mir was gegönnt habe. Und zwar, ich muss mal kurz Kopfhörer absetzen. Der Hammer. Der Hammer. Das ist einfach der Hammer, wenn ich den Kopfhörer absetze. Dann ist mein Computer sowas von leise. Ich höre nur. Woch immer du bist. Ich höre nur. Hier, warte mal, das kann ich gleich mal mit einsammeln. Ich höre nur. Jetzt kann ich nicht weiterreden. Ähm. Was, voll? Das kann doch gar nicht sein. Dann müssen wir hier mal was entladen, ne? Dann entladen wir hier mal. So. Das Redstone. Schön, dass ihr hier Krach macht. Aber so hat wenigstens derjenige, der hier unten in uns war. Verdammt, noch 40. Brauchen wir sonst noch irgendwas hiervon? Ne, ne? Okay, dann können wir wieder hoch. Also, Freunde. Ich habe mir zum Geburtstag, habe ich mir was schenken lassen. Und zwar ein neues Netzteil. Das heißt, zu Weihnachten hatte ich einen neuen Computer. Also ein neues Gehäuse vom Computer. Hab mir dann, ähm. Oh, theoretisch müsste heute sogar Post kommen. Also, es könnte sein, dass ich in der Aufnahme unterbrochen werde. Mal gucken, dann werde ich das vielleicht rausschneiden oder nicht. Hey, hey, hey. Ähm. Ja, ähm. Neues Gehäuse. Dann hatte ich mir, einen Monat später, hatte ich mir selber, ähm. Ich wollte gerade sagen, machen wir die Tür zu. Hatte ich mir, ähm, einen neuen CPU-Kühler geholt. Und einen Lüfter dazu. Und jetzt hatte ich mir nochmal, dann das Netzteil gewünscht. Und habe das dann bekommen. Und jetzt ist mein Rechner sowas von leise. Selbst wenn ich die Lüfter auf, äh, volle Lautstärke stelle. Also ich habe hier eine Lüftersteuerung dran. Dann ist es so, dass der, ähm, dass der Computer immer noch kaum hörbar ist. So, dann müssen wir irgendwas machen hier. Das kann doch nicht sein. Ja gut, lassen wir das so. So, dann können wir hier mal irgendwas entladen. Äh, hier die Kartoffel und das und das. So. Jetzt ist die Frage, wie baue ich das? Wie baue ich hier den ganzen Krempel? Ein Komparator. Ich habe so eine Vermutung. Oh, hier haben wir noch Redstone-Zeug. Cool. Da haben wir sogar noch einen. Sehr nice. Nur kein. Und hier haben wir, oh, hier haben wir auch Komparator. Cool. Cool, wir brauchen sogar gar keinen bauen. Haha, ist das nice. Na doch, wir müssen noch einige bauen, aber nicht jetzt. Wir müssen noch einige bauen, aber nicht jetzt. Hm, sie sind keiner von denen. Wobei, wir können ja mal gucken. Bist du eine Arja? Du hast hier einen Regen. Mhm. Mhm, ich sehe dich doch. Ich sehe dich. Ja, ja, wir beobachten dich auch, Junge. Hahaha. Nicht mit uns, Freunde. Nicht mit uns. Okay, ähm, also. Äh, hier, wir müssen hier hin. Hier entsteht das Silo, das automatische Silo. Logisch, ne? Ähm, dann können wir hier in die Kiste, können wir hier den ganzen Kram reinschmeißen. erst mal das reingedönst reingelunst ja wir haben viel zu viele Pfeile aber okay so so und so halt stopp das hier packen wir gleich mal rein und brennen das hätten wir Kohle, ich habe keine Kohle hier oder? oh nie jetzt echt jetzt oh ja da kann man nicht verbrennen das kann man auch nicht verbrennen da müssen wir das hier verbrennen tut mir zwar leid aber anders geht's nicht okay ähm halt 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 ich war der Meinung ich habe gerade was gehört aber scheinbar nicht tief durchatmen dim 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 wir sind immer noch alleine schade so und zwar müssen wir jetzt hier das hier auch weg haben ne? die Steine weil die gehen ja trotzdem ne also das Mauerwerk geht ja trotzdem bis nach unten vom Silo logisch oder? na logo irgendwas knackt hier gerade die ganze Zeit in der Wohnung geister wer weiß wer weiß wer weiß man munkelt so ne so sieht das doch schon viel besser aus glaube ich ja so sieht es besser aus okay also wir müssen hier ich muss mir hier mal einen kleinen Kreis ziehen wobei den kleinen Kreis den können wir auch mit den Trichtern ziehen so Komparator das was haben wir vergessen? genau clean stone und hier das wird alles noch geändert keine Angst Freunde keine Angst das wird alles noch umgebaut wir sind gerade im Aufschwung im Aufschwung zur Hafenstadt Apropos äh Ceron wir müssen uns mal unterhalten Eisen Mensch was hier noch an Schätze überall rumliegt ist ja der Hammer hier auch noch vielleicht nö na toll ja ihr braucht nicht auf den Hecken rumspringen das hat alles schon seinen Grund warum das so ist ja die Silos entweder müssen die abgerissen und der Neuer oh ne das wollte ich gar nicht hören ne ich auch nicht drei vier fünf sechs sieben acht so passt das ah schön das Glas mit dem Drei-Elben-Landbaum auch schön oder? ja hier fehlt auch noch Einrichtung ja ich weiß ich muss mich noch um viele Sachen kümmern aber ich habe einfach immer so wenig Zeit und in dieser wenigen Zeit da naja ihr seht ja was da passiert ne wenn mir dann eine Idee kommt und ich habe noch Folgen im Voraus dann ja dann kratze ich mir am Bart und denke mir so hm fang doch einfach mal an und dann passiert sowas hier und ihr seid nicht dabei aber ihr seid jetzt dabei wie wir das Wichtigste bauen das Wichtigste das Herzstück dieser ganzen Anlage so da muss ich jetzt mal gucken wie baut man das eigentlich ich glaube so oder jetzt ist es ein Ofen das ist ein Koppel jetzt ist es ein Ofen oder ist es ein Ofen mit Clean Stone we are the Clean Stones la 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 hm wie funktioniert das? warum hab ich hier eigentlich einen Bogen? so 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 oder? und dann Redstone? ah genau mit Clean Stone 2 3 4 5 6 7 wir brauchen Clean Stone und am besten 7 Stacks ähhhh zack zack dann nehmen wir doch die 1 2 3 4 5 6 7 und wir schlafen geht noch nicht? warum geht es noch nicht? was ist hier los? hm 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 ach gute Nacht viel Arbeit das ist viel Arbeit ddddm 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 was mach ich denn da Menschen? so 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 und dann 32 zack Spender passt ok und dann wir brauchen 5 von 4 dddm ddm da ist das ddm 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 dddm ddm ddm s ddm 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 rdm ddm ddm vier nach hinten das passt okay jetzt ist es aber so ich muss gerade mal überlegen wie war denn das alles ja wie war denn das mit dem bau man könnte jetzt natürlich rübergehen rüber switchen in meine welt und gucken aber nein das möchte ich nicht ich möchte das wirklich gerne mit euch zusammen hier irgendwie bauen so aber den brauchen wir trotzdem ich versuche mich daran zu erinnern hier war ein redstone dann war hier ein dings und da ein komparator und der war auf die zweite stufe glaube ich dann war hier eine und hier zwei dort war ein stein da auch hier auch und da war auch eine redstone fackel mitgenommen oder so dann war das so dass hier eine redstone fackel da sowas und war das so ich bin mir nicht sicher soja klar ist klar dass beruhig dich erst mal vor allem muss echt ich switch fix rüber verbindung trennen ja zurück einzelspieler testbild lalalala ja so ungefähr wird das ganze aussehen freunde oh mein gott ja okay hier war eine redstone fackel und dann ging das so rum okay mehr spieler wieder ab ins 3 im land so kurz die gedanken zusammengefasst kein problem so dann kommt hier nämlich die fackel dran ja das machen wir danach so und dann war es nämlich so 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 zack 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 so nicht so ne und hier zack zack und so und wenn jetzt nämlich was rein fließt genau und schon funktioniert das teil perfekt so dann kommt der hier darauf der muss weg der muss weg der muss dahin und der muss dahin kommt der hier 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 das war blöd ja ich weiß sorry so und hier nämlich der dann der dann der dann der dann der dann der dann der der so und wieder so und so noch ein bisschen höher lieber zu hoch als zu niedrig so und sollte reichen das tat weh in den beinen ich bin auch nicht mehr der jüngste so okay genau der fördert dann ist die ganze zeit nach oben den tor haben wir schon mal fertig ne also guckt euch das mal sollte eigentlich passen dann können wir jetzt hier uns entscheiden wo wir den rein führen den führen wir und das kommt hier ne warte mal dann müssen wir das hier nochmal weg machen so dann sagen wir einfach wir führen den hier ist das getreide hauptfeld das führen wir dann nicht dran wir führen wir nämlich direkt von hier dran alles was von hier kommt führen wir daran so und so das heißt dass von hier zack das da rein führt und der von hier da auch so rein führt das ist die vordere ecke genau dann machen wir den so und den führen wir einfach von hier dran das heißt alles was wir denn da jetzt rein schmeißen müsste theoretisch in diesen trichter landen probieren wir es aus okay hier nehmen wir jetzt die was macht man am besten wir machen am besten wir machen so 12345 12345 12345 und 12345 schmeißen diese fünf sachen rein einmal hier bringt das da weiter dann das zweite mal hier zack liefert das da weiter und 20 items müssten insgesamt dann im ding sein genau sind auch drinnen und dann hier natürlich auch fünf zack okay das heißt alles müsste wirklich hier ne er staut sich ja ne genau das habe ich mir gedacht da ist nämlich der fehler seht ihr und dafür ist so eine sache gut können wir den nehmen können den hier reinpacken und packen dann hier jetzt die fünf da rein zack fließen die hier lang hier lang hier lang hier durch hier durch da sollte sich nichts staunen da hinten hier auch nicht ja gut jetzt ist ein richter mehr drin klar so genau fünf sechs fünf fünf okay passt das liefert also schön alle ressourcen da rein okay so weit so gut so weit so gut der torm nach oben der ist geliefert und dann ist das ding ja schon fast fertig dann haben wir jetzt schon das schwierigste gemacht Freunde das ist ja der Wahnsinn das ist ja der Wahnsinn haben wir jetzt zwei Bauern du bist ein Schäfer das ist gut du bist ein Pfeilmacher Pfeilmacher pflanzt du dir was an? 3 com pflanz an Sei brav, pflanz an. Also wenn er die einsammelt, muss er ja auch einpflanzen, oder? Okay, scheinbar nicht. Aber da sind wir nicht so, da sind wir nicht so. Wir können jetzt hier wieder schlafen gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wie wir... Ja, wie wir dann hier weiterbauen, ne? In diesem Sinne, sag ich schon mal tschüss und... Ach komm, ich mach noch einen fixen Screenshot von unserer coolen Sache hier. Für die Sache. Zack, Screenshot. Okay, bis morgen, ne Freunde? Tschüss.